Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei unserem Format Naturmedizin. Egal, was wir zu uns nehmen, egal, was uns ärztlich verschrieben wird, für die Einnahme und Ergänzung wird immer Wasser empfohlen. Doch genügt das lediglich als Empfehlung? Über vier Irrtümer das Wasser betreffend unterhalte ich mich gleich mit Erich Meidert. Er gilt als der bekannteste Wasserexperte Deutschlands. Bleiben Sie dran. Hallo Erich. Servus. Herzlich willkommen. Habe die Ehre. Der iranische Arzt Faridun Badmangelic hat die Schulmedizin schon vor Jahren darauf aufmerksam gemacht, dass es vier grosse Irrtümer gibt bezüglich Wasser und Körperfunktionen. Worum geht es hier? Ja, er hat gesagt, Wasser, du sollst erst trinken, wenn du durstig bist. Das ist mein Hauptirrtum, weil Wasser brauchst du konstant für jeden Stoffwechsel. Es gibt keinen Stoffwechsel ohne Wasser. Und wenn du Durst bekommst, dann ist es schon zu spät. Dann hat er noch gesagt, man sagt, Flüssigkeiten wären auch gut. Er sagt nur, jede Art von Flüssigkeit, Tee, Kaffee wäre Flüssigkeit. Also zum Beispiel, nimm deine Tabletten und nimm Flüssigkeit dazu. Das ist der grosse Irrtum. Und das Dritte, was ich noch so in Erinnerung habe, dass er einfach denkt, dass das Wasser nur H2O ist und eine Flüssigkeit. Aber Wasser ist das Zentrale, mit Abstand das Zentralste für jeden Stoffwechsel, für jeden Organismus. Und dem wird halt doch, naja, Wasser braucht man. Der Mensch hat viel Wasser, trinkt Wasser. Aber die Bedeutung und die medizinische, dass das für jeden Stoffwechsel entscheidend ist, nicht wichtig, entscheidend. Das ist ein großer Unterschied. Das wird völlig unberücksichtigt lassen, weil du in der Ausbildung zum Arzt keine 5 Stunden hast. Oder ich mache jetzt 25 Jahre oder 17 Jahre hauptberuflich das Thema Wasser. Und da lernst du keine 5 Stunden, nicht einmal 2 Stunden. Das über die Wahnsinnsbedeutung von Wasser. Und da hat halt, ich weiß nicht, die vierte, was er noch dazugeschrieben hat, der vierte Irrtum. Aber letztendlich geht es immer in das Schema, ja, Wasser ist Wasser, Flüssigkeit. Und erst wenn der Mangel da ist, wenn du einen Durst kriegst, dann trink halt was, in Gottes Namen. Aber das ist natürlich das große Grundübel, wo die Leute von Anfang an in dem Mangel sind. Aber wenn jeder Stoffwechsel davon abhängt, dann sollte man den Mangel etwas mehr in die Mangel nehmen und genauer anschauen. Also ja, das ist wahrscheinlich dieser erste Irrtum, wahrscheinlich auch der wichtigste. Also das Durstgefühl signalisiert mir ja schon, dass irgendetwas außer Balance ist. Ja, aber wir haben eine Folie. Die erste Folie, das war eigentlich der Schlüssel, da konnte ich von einem gewissen Herrn Zimmermann, der hat das mal ganz super einfach dargestellt. Das System der Grundregulation nach Professor Pischinger und das ist schulmedizinischer Standard. Also Pischinger kennt jeder, das Pischinger Raum ist das Bindegewebe. So und jetzt musst du vorstellen, jetzt, ich bin die, ich habe einen Nährstoff und den will ich zu dir bringen. Ich bin das Blut, darum haben wir rot angezogen, ich bin das Blut, da ist viel drin. Ich bin zu dir, du bist die Zelle, du musst versorgt werden. Und es gibt keinen Stoffwechsel, der vom Blut direkt in die Zelle geht, sondern dazwischen ist immer das Bindegewebe. Immer. Und da muss es durch. Und da fängen die Irrtümer an oder wo die Schulmedizin sich irrt, weil wir haben ja in der Sekunde 10 Millionen, 50 Millionen maximal Stoffwechsel. In der Sekunde. Das heißt, die kommen und die sterben ab. Und je älter wir werden, umso mehr sammeln sich Stoffwechselendprodukte an. Also du übersäuerst, du haust mal auf den Putz, du trinkst zu viel, isst zu viel oder hast irgendwie auch zu wenig, aber du hast einen Stoffwechsel. Sonst wirst du nicht leben. Und jetzt kommt es darauf an, dass ich diese Stoffwechselendprodukte wegbringe. Und wenn ich die Folie sehe, also rot siehst du bei mir mit meiner roten Jacke, ich war dein Blut. Und da, du bist dunkel und so, da bist du mit der Zelle. Okay. Aber ich muss durch. Und dann sehe ich diese kleinen dreimal, diese braunen Punkte. Und das sind Ablagerungen. Und je älter ich werde, umso mehr habe ich diese Ablagerungen durch Stoffwechselendprodukte. Wenn es nicht komplett wieder entsorgt wird. Eben, die sind per se kumulativ. Da muss man aktiv was tun dazu, um die rauszuschmeißen. Ja, wenn man halt älter wird und sowas, dann lässt ja eh viele Kräfte nach. Aber natürlich, wenn ich jetzt nichts tue und ich sammle zum Beispiel Giftstoffe an, da schützt sich der Körper ja mit der Fettsticht vor der Selbstvergiftung einmal. Aber wenn ich die nicht entsorge, wird es immer mehr. Das ist so, wie wenn ich hier ein Glas Wasser habe und ich lasse die nächsten zehn Jahre jeden Tag ein Glas Wasser stehen hier. Dann ist es voll. Obwohl das Glas nichts ausmacht, morgen nicht, übermorgen. In einem Monat stehen halt ein paar Gläser rum. Aber wenn 30 Jahren ein Gramm nicht verstoffwechselt, also ein Gramm, wenn nur hängen bleibt. Und du nimmst zwei Kilo an Flüssigkeiten und Nahrung zu dir, zwei Kilo am Schnitt. Wenn nur ein Gramm nicht verstoffwechselt wird, dann hast du im Laufe von 30 Jahren zwölf Kilo Stoffwechselreste. Ah, das ist ein interessanter Aspekt. Ein Gramm mal 30 sind 30 Gramm, mal zwölf sind 400, mal 30 Jahre sind zwölf Kilo. Okay, und man sagt ja oft, der hat zugenommen aufs Alter hin. Das ist ja normal, wenn man älter wird, weniger Bewegung, man nimmt einfach zu. Aber wenn ich dich jetzt höre, liegt das an der unvollständigen Verstoffwechselung? Ja klar, es lagert sich einfach zu viel ab. Man sieht es ja oft bei vielen Menschen. Auch ich habe meine Ablagerungen, da weiß ich aber sehr gut die Ursache und weiß, dass ich einfach zu lebensfreudig bin. Aber wie gesagt, mein Knie, viele Dinge, also ich bin komplett fit. Aber ich weiß bewusst meine Sünden und habe es aber gesundheitlich so im Griff. Also Idealgewicht wäre bei mir auch was anderes. Mein Steuerberater hat mal gesagt, Erich, der Mensch ist doch wie ein Baum. Jedes Jahr eine Rinde mehr. Also gehen wir auseinander. Dann habe ich gesagt, Hans, nein, mein Freund, also er hat das Baumprinzip verfolgt und ich nicht. Das ist das, was ich meinte, was landläufig akzeptiert ist. Man geht einfach auseinander. Und das muss nicht sein. Und das muss nicht sein. Also wie gesagt, meine Auseinandergehen ist bewusst, weil ich keine Schmerzen habe. Aber warum ich keine Schmerzen habe, kommt gleich dazu. Aber das ist das Grundsystem und da siehst du natürlich auch, wenn die Zelle jetzt nicht gut versorgt wird, dass da halt dazwischen was hängen bleibt, dann nimmt es dem erstens den Sauerstoff, zweitens auch Nährstoffe. Und dadurch kommt die Zelle in einen Mangel. Und es ist oft das, was dann zur Zelle ankommt, nicht mehr so gut zellverfügbar wie das ganze System. Und dann, wenn du eine schlechte Zellversorgung hast und die Wege verstopft sind, dann gibt es eine schlechtere Zellversorgung. Weil wenn ich zwischen uns zwei eine kleine Wand hintue oder so einen Sichtschirm, dann geht es schon noch. Aber hallo Rolf, wo bist du? Und dann wird es immer mehr. Und irgendwann ist die Zaison so, der Rolf, der wahrscheinlich ist ja komisch. Also so ist es so. Also muss ich schauen, dass der Weg immer frei bleibt. Weil die Zellversorgung, aber dann kommt noch was, die Zellkommunikation. Wo ich gesagt habe, hallo, die Zellkommunikation. Weil die Zellen interagieren ja miteinander in Lichtgeschwindigkeit. Sie brauchen ja die Informationen. Nerven, Nieren, Herz, Brust, Lunge, Zellen sind alle verschieden aufgebaut. Und da geht es um Informationsübertragung in Lichtgeschwindigkeit. Wir können uns ja nicht, weil 10 Millionen Minimum pro Sekunde, Tag und Nacht. Wir sitzen da und meditieren. Und in Wahrheit geht es hier zu wie Hölle. Weil halt die alle arbeiten, Tag und Nacht. Und du schläfst ja nur, damit sich die inneren Organe wieder erholen. Und darum ist es diese Folie, die deutlich macht, wenn ich nicht über die Lymphe ausscheide. Oder die Nerven einfach zu viel zwischen diesen, haben wir mal gesagt, Demenz, da kommen wir noch drauf. Zwischen den Nerven zu viel Hohlraum oder zu viele Ablagerungen sind, dann schalten die nicht mehr miteinander. Und da sehen wir jetzt auf den nächsten Folien eigentlich, weil das ist das alles Entscheidende. Stell dir vor, diese inneren Organe vom Fötus an sind die inneren Organe im Wachsen. Die Zellen teilen sich wie verrückt, teilen, teilen, teilen. Und dann hast du die inneren Organe. Vom ersten Herzschlag bis zum letzten Atemzug müssen die versorgt werden. Innere Organe, die brauchen. Und zwar alle mindestens 70 bis 90 Prozent Wasser. Wir beginnen da beim Herz, gehen oben zum Gehirn. Das hat 90 Prozent Wasseranteil bei Geburt und geht wieder zurück über die Lunge, über die Leber, Milz, Nieren etc. Das eine ist eine Giftung, das andere ist die Mülldeponie, ist die Niere etc. Dann geht es in den Magen, Darm, dann geht es wieder raus. Aber die arbeiten den ganzen Tag, ein Leben lang. So, und jetzt kommt heute, du kommst, du hast zu wenig Wasser. Also, gehen wir mal weiter. Bei dir arbeiten. Du wenig Wasser, dann braucht der, muss der Körper, das Herz braucht irgendwoher Wasser. Das Hirn braucht Wasser, manche nicht. Bin ich mal, Politiker denke. Ja, ja. Okay, also, du musst das irgendwoher holen. Du kannst nicht sagen, hallo, heute drei Stunden Leberpause, vier Stunden Nieren und ein Stunden Herzpause, weil wir haben zu wenig Nährstoffe. Sondern die holen sich sehr. Und dann ist immer die Frage, auf was kann ich verzichten. Sagen wir mal, du brauchst irgendwas oder bist in der Not, dann sage ich, auf das Auto kann ich verzichten. Heute umgehe ich nicht zum Essen, da kann ich verzichten. Aber ich muss es irgendwo, muss ich die Kohle oder irgendwas muss ich herbringen. Also holst du das Erste, was nicht notwendig ist. Und das Nicht-Notwendige sind nicht Dinge, die du unmittelbar zum Überleben brauchst. Und das fängt halt hier oft im Magen-Darm-Bereich an. Da kommst du also mit Magen-Darm in den Mangel. Und da ist die Folge, dass auch Giftstoffe schon oft zurückgeholt werden. Fäulnis kann sich bilden etc. Also auf alle Fälle der Organismus hat eine Hundsarbeit, dieses zu wandeln. Das kostet dich aber Lebensenergie, Vitalenergie. Du siehst das nach einem schönen Essen. So eine richtige, sage ich mal, böhmische Dampfkost. Machen wir nichts auf vegetarisch. Böhmische Dampfkost, Nudeln und dann hast du ein schönes Gläschen Rotwein. Ja, da kannst du kein Marathon laufen. Der Organismus braucht die ganze Energie. So, und jetzt braucht er natürlich Energie. Erstens, um versorgt zu sein. Aber dann ist das Zweite, wohin mit dem Müll? Wohin? Im Ausgeschäden wird es nicht, weil du hast zu wenig Wasser. Also muss ich lagern. Und was bietet sich besser an, als alles was dingt? Machen wir die nächste Folie. Da kannst du sehr gut ablagern. Und ich sehe es ja, meine Kollegen, jetzt haben wir 45 Jahre Abitur, Jubiläum. Wenn ich sage, Jungs, wir spielen Fußball. Oh, meine Hüfte. Der nächste, oh, mein Knie. Der dritte, oh, meine Hüfte, meine Schultern, überall. Also, es muss doch irgendwo hin. Es ist nicht so schwer. Irgendwo muss der Müll, müssen die Ablagerungen hin. Und zwar nicht die guten Brüderchen, sondern die müssen da irgendwo hin. Und da kannst du, also aus so einem Gelenk zum Beispiel, da kannst du natürlich erstens Wasser auch ziehen aus dem Knorpelbereich und du kannst ablagern. Und wenn du dann nicht aufpasst, oder in der Schulter, oder in der Hüfte, und das erlebe ich halt mit so vielen Leuten, die dampfdestilliertes Wasser trinken, die haben das Thema nicht, weil es hochohmig ist, etc. Aber es muss sich irgendwo ablagern. Machen wir wieder weiter. Und dann können sich natürlich, wenn du das nicht, die Toxine ansammeln im Bindigwebe, wo wir schon gesprochen haben, und dann geht das interzelluläre Wasser nach außen, weil der Körper gleicht ja immer aus. Und so kommt auch die Übersäuerung dann zustande. Also das ist natürlich, weil der Körper will nur eines überleben. Und da tut er alles dafür. Dann scheidet er die Giftstoffe, aber die sind dann interzellulär. Und das sind dann wieder die Ablagerungen, etc. Machen wir wieder weiter. Und da hat eben was so, einfach gesagt, je höher die Mineralisierung, er sagt halt, jede Krankheit braucht ein Milieu. Und mein berühmtes bayerisches Beispiel ist der Pilz, nicht der Fußpilz, aber der im Herbst. Aber der andere zählt auch, wenn ich ein Milieu habe. Im Sommer, die alten Leute kommen sozusagen Schwammerlzeit. Also praktisch Feuchtigkeit, ein bisschen Dunst, ein bisschen Kälte. Und dann wachsen die Pilze. Und jede Krankheit, jedes Milieu braucht ein Milieu. Blut, Speichel und Urin, die Körperflüssigkeit. Nur da kann es sich bilden. Und oft Hauptkrebsursachen Nummer 1 sind Brustkrebs, Prostatakrebs sind die Nummer 1. Und da ist wenig Bewegung. Da ist viel Milieu, was sich so ansammelt. Stoffwechselbehindert, Zellversorgungbehindert, Lagerstätte. Ja, und jede Krankheit braucht er im Milieu. Und er sagt halt, je höher mineralisiert, ich sage mineralisiert im Sinne von Steinchen, zerriebenen Steinchen, hat er nachgewiesen, umso höher war da die Sterblichkeit. Und da gibt es diese Beta-Analyse, die bioelektronische Impedanzanalyse, habe ich auch schon gemacht. Und da misst du halt Speichel, Blut und den Urin. Und dann sagst du schon, okay, da gibt es halt gewisse Zonen. Es wird da noch Krebs, noch Pilzzonen. Und wird da schon unterteilt. Und das war die Arbeit von Vasson, 25 Jahre. Und zwar hat er nur den Auftrag bekommen, warum sterben in gewissen Gebieten in Frankreich die Leute sehr früh, werden viel krank, während sie woanders kerngesund sind. Das war der Auftrag. Und er kam halt zu dem Thema, je reiner das Wasser, umso besser ist es aus den Gründen, die ich da, glaube ich, schon gerade gesagt habe. Ja, wir haben ja in einer anderen Sendung, haben wir das auch noch abgedeckt mit dem mineralreiches Wasser gegen fast Mineralien. Ja, mineralreiches Mineralien sind Wasser mit Sonnenenergie. Nichts anderes. Jetzt schauen wir mal die nächste an, was wir da haben. Und dann sind natürlich solche Dinge, wir haben das auch schon mal gesagt, dass du natürlich hier im Herz-Kreislauf-System, der Mensch hat 40.000 Jahre gehungert und jetzt isst er halt plötzlich Fleisch, nicht alle vier Wochen, sondern jeden Tag oft. Und dann führt es natürlich so zu Arterien, dass die Leitungen immer enger werden. Aber auch da ist schon ein großer Teil dran. Weil, schauen wir noch weiter, das ist die Folie, die ist grandios. Da sieht man ja, 70% vom Organismus sind Kapillaren. Wir haben vorhin das Herz gesehen, ganz breit, breiter Schlauch. Aber die Kapillaren sind 3 bis 4 Mikrometer, das sieht man da. Aber die roten Blutkörperchen 6 bis 8. Das ist die von Professor Pollack, die Originalfolie, weil er hat da einen Film drauf gedreht. Und da siehst du unten und links, da siehst du die roten Blutkörperchen, wie sie sich zusammenquetschen und wie sie sich durchschlängeln. Aber eine Stunde nach dem Tod fließt immer noch Strom, immer noch Blut. Also antreiben tut uns die Sonne. Das Herz ist ein Teil, aber die Sonne treibt uns an. Und wenn ich natürlich jetzt viel Wasser habe, als Gleitmittel, ja auch das Blut hat 94, 84% Wasseranteil. Auch das ist ein Teil. Und wenn ich natürlich jetzt viel Kalk habe und immer wieder der hohe Kalkanteil führt zu Mikroverletzungen, da gehen wir nochmal die Folie zurück, zu Mikroverletzungen in den Arterien und dann kommen natürlich die Lymphozyten, die weißen Blutkörperchen, die reparieren das. Aber Reparatur, wieder Reparatur, 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 wird es immer ein bisschen enger. Setzt immer was an dadurch. Immerhin. Und dann, wenn es dann jetzt nicht mehr gescheit durchgeht, dann musst du drücken. Das Blut durchdrücken. Und durchgedrücktes Blut heißt Bluthochdruck. Mit Hochdruck muss es durch, weil es muss doch zu den Zellen. Und so sieht man das. Und das sind alles schrittweise Prozesse. Weil wenn du unten, diese unten rechts, das Verschluss durch Thrombus siehst, die Wahrheit ist ja ganz anders. Das ist ja viel enger. 70% sind die Kapillaren. Das sind immer diese schönen Zeichnungen, wo die roten Blutkörperchen so durchschwimmen, I'm singing in the rain. Und dabei ist es saueng. Also es ist richtig eng, dass sie sich durchquetschen. Das sind eben die Ausnahmen aus der Medizin, wo man sieht, die quetschen sich durch, weil sie doppelt so klein sind wie die roten Blutkörperchen groß. Und ich muss halt schauen, dass es da einfach durchgeht. Und das ist der Schlüssel. Jetzt schauen wir nochmal weiter, was wir alles noch haben. Und da ist natürlich diese Sache, wo wir auch schon früher mal beleuchtet haben, wenn die Zelle gut gehydriert ist, dann hat sie Wasser drin, Wasser schließt alles raus, Wasser wirft alles aus. Dieses EZ-Wasser nach Pollack. Und dadurch kann ich die Zellspannung messen. Das rechte ist eine gesunde Zelle, das linke ist eine mit sehr wenig degeneriert. Und dieses Bild ist gekauft bei Fotolia. Wenn du eingibst, Krebszelle, dann wirfen sie das aus. Das heißt, die Mitochondrien sind verkümmert. Und du brauchst einfach das Wasser in der Zelle, damit es einfach diese Zellspannung aufbaut. Eben Professor Pollack, das Buch weist es absolut nach. Und jeder weiß mittlerweile die Zellspannung. Bis minus 300 Millivolt, dann hast du die optimale Zellspannung. Und daher auch oft dieser Geldrolleneffekt. Natürlich gibt es andere Möglichkeiten, auch den Geldrolleneffekt mit Magneten zum Beispiel zu behandeln. Weil wir brauchen ja Spannung. Aber das Wasser ist der Schlüssel. Du kannst die Zellspannung schon aufbauen, aber es muss ja wieder raus aus dem System. Wir haben unglaublich viele technische Produkte, Nahrungsergänzungsmittel, alle, wo auch gut in die Zelle gehen. Aber wenn ich es nicht abtransportiere aus dem System, dann hilft es mir halt nichts. Dann ist das gar nichts. Das ist grundsätzlich sehr einfach. Ich brauche genug Transportflüssigkeit. Ja, richtig. Ja, klar. Und das ist natürlich der Klassiker aus den Körperwelten. Rechts, da war ich in München. Und da gibt es auch das Buch. Und links ist ein gesundes Gehirn und rechts ist das Demenzgehirn. Und da geht es um nichts anderes. Und wenn du noch eins weiter machst, die Folie, da sieht man das im Detail, die Hirnsspalten, wenn sie auseinander sind, dann hast du diese Informationsübertragung, wie es so ideal ist. Du siehst, kennst du die Bilder, Rolf, wo du oft siehst, das Gehirn, wie es das Bling, 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 Bling macht. In so medizinischen Sendungen. Ja, wenn die Neuronen funken. Das ist nichts anderes wie die Neuronen. Da gibt es sie nicht mehr auf den Triden. Aber wenn die nicht mehr, wenn die zu weit auseinander sind, dann funkt es nicht mehr. Dann ist nichts mehr da. Dann ist es zu. Das ist wie ein gelöschtes Feuer. Da geht nichts mehr. Also, wenn der Hirnspalt zu weit ist, noch mal vielleicht zurück. Und darum geht es halt einfach das Wässern. Und jetzt siehst du das Drama bei alten Leuten. Alte Leute haben einen guten Überlebensinstinkt. Und die trinken oft zu wenig. Viel zu wenig. Warum? Weil sie spüren, dass es ihnen nicht gut tut. Also gerade in Großstädten das Wasser. Und ich habe über 10.000 Wasserproben gemacht. Die letzten fünf Jahre. In einem Jahr allein 3.700. Und darum weiß ich schon, wo welche Wasserqualität ist. Und dann hören die Leute auf zum Wassertrinken. Gehen heute auf Versatzstoffe. Kurzfristig Energie. Aber der Preis ist zu hoch. Aber die Leute hören auf. Und das ist die Folge. Weil es ist nichts anderes wie ein Schwamm. Oder ein Feuchter. Irgendein Feuchter. Klumpen. Und wenn du den natürlich austrocknen lässt. Dann hast du diese Spalten. Das ist ganz normal. Jeder Gärtner weiß das. Aber das Gehirn ist halt das Zentrale. Und früher waren halt die Alten die Weisen. Die Klugen. Und schau dir mal Leute an wie den Professor Hecht. Ja, der macht sein Silizium. Der entgiftet sich. Ja, der turnt mit 97, 98 noch durch die Gegend. Aber dann schaut er manche mit 65 an. Die der Rente entgegentörkeln. Und ja, das ist halt einfach ein Jammer. Und das will ich einfach, dass die Leute ein Bewusstsein kriegen. Und sagen, Wassertrinken ist halt einfach, ist das Physik, ist das Biologie? Ich weiß es nicht. Es ist für mich Gärtnatom. Eigentlich schon. Und es ist sehr eindrücklich hier. Also, ich sehe das schon. Die Abstände werden grösser. Die Signale können nicht mehr übertragen werden. Und Ablagerungen. Aufgrund dieser Austrocknung. Ablagerungen, die sind noch dazwischen, verhindern auch die Signalübertragung. Genau, immer mehr Ablagerungen, genau. Sehr plausibel, was da vor sich geht. Und auch hier wieder. Es wäre einfach. Ja, it's for free, sage ich mal. Und das nächste Folie, da geht es ja wieder weiter. Haben wir noch eine dann? Nee, dann haben wir nicht mehr. Bei mir geht es halt dann weiter. Heute noch der Pakman Gelitsch. Noch eins weiter, bitte. Da sieht man einfach Norman Walker. Also, das ist ja ganz lustig. Norman Walker. Hast du schon mal was gehört von dem? Nein. Norman Walker hatte Krebs mit 65 Jahren. und dann ist er gestorben. Aber jetzt weiß man nicht, mit 116 oder mit 99 Jahren. Was hat Norman Walker gemacht? Also, es war ein sehr bekannter Forscher, weil ich sehe manchmal noch in Praxen von Heilpraktikern, sehe ich immer noch den Darmbereich mit Norman Walker. Und der hat sich dann nur von Gemüsesäften ernährt. Darum bin ich so ein Freak. Ein Verfechter dieser Mineralisierung über Gemüsesäfte, über dieses Obst, Gemüse. Ja, ihn hat ein Auto überfahren. Mit 99 oder mit 116. Da streiten sich die Gelehrten. Aber 99 ist 100 Prozent. Der war topfit. Was hat er gemacht? Dampfdestilliertes Wasser, wie es von den Schäfchenwolken kommt. Und Säfte. Was hat er gemacht? Mineralien. Obst. Sonnenenergie. Und das hat ihm genügt. Und das ist eigentlich der Schlüssel. So einfach ist es. Und jetzt rede ich noch so Themen, eben diese Knie, wo wir mal gesprochen haben über Niederstände, über Widerstände. Richtig gutes, reines Wasser kannst du zusammendrücken. Und damit hast du diese ganzen Themen ablagen. Es muss einfach raus. Wenn du einfach zu viele Müll ansammelst in deinem Haus, dann musst du irgendwann raus. Was machen wir? Jeden Tag duschen wir uns. Wunderbar. Außen alles. Ach, oh Gott, ein Pickelchen. Aber innen die Pickel. Das muss raus. Körperlich, geistig musst du immer auch duschen. Und innerlich duschen. Also innerlich raus damit. Das geht halt leider. Es geht nur mit reinem Wasser. Nicht mit Rotwein. Das wäre auch mal schön. Aber Rotwein gehört zur Förderung der Lebensenergie. Auf einer anderen Ebene und Lebensfreude. Was ja auch immer ein Aspekt ist, der dazugehört, was man sich zwischendurch mal erlauben kann. Aber ich wundere jetzt in unserer ganzen Sendungsreihe, wie einfach es eigentlich ist mit Wasser. Aber man muss es machen. Und man muss es wahrscheinlich auch bewusst machen. Oder auch diese Fruchtsäfte. Man kann sich ja bemühen, keine belasteten Fruchtsäfte, sondern eben Fruchtsäfte von einer hohen Qualität. Selber machen. Oder selber machen. Also Zitrone auspressen ist wirklich kein Akt. Orange auspressen ist kein Akt. Und so diese kleinen Smoothie-Makers, sorry, die kosten 30 Euro. Die anderen kosten 500, wo du die Karotten machst. Auch die kleinen Salate. Das kostet 30 Euro mittlerweile. Ich habe mir neulich einen gekauft. 30 Euro für den schnellen Smoothie. Da tust du einen Spinat rein oder alles. Und eine Banane. Und dann hast du deine Vitamindosis. Herrlich. Das ist besser wie jeder Kaffee. Aber der Kaffee dazu schadet ja auch nichts. Das ist doch das Schöne an der Vielfalt. Vielfalt statt Einfalt. So ist es. Gerade wieder mal so ein grandioses Schlusswort von dir. Wo können wir uns jetzt da noch weiter informieren zur Vertiefung des Themas? Also wir sind da medizinisch schon ziemlich gut unterwegs. Wir dürfen natürlich nichts Medizinisches sagen. Aber wir können sagen, wie viel ist 2 plus 1? Besser wie keins. Bei Mr. Water haben wir gute Leute, die diese Beratungen durchführen. Wir machen keine Hausbesuche. Aber je kritischer einer ist und je mehr er nachfragt, umso genialer ist es, weil sein Wort zählt mehr. Das ist das kleine Hinterfotzige bei uns, dass wenn du kritisch bist und trotzdem würde ich überzeugen mit diesen Dingen und du machst sowas und gehst zu deinem Nachbarn, der wird nicht viel fragen, weil der weiß, aber Rolf kann ich mich verlassen. Der ist kritisch. Der hinterfragt mich. Und das bringt dich ja weiter. Verstehst du? Wenn ich gefördert werde, hinterfragt werde, was ist der Unterschied zu dem und warum macht er das und das nicht? Ich wachse ja. Du wächst mit den Hindernissen. Darum ist es einfach wichtig zu akzeptieren, dass ich bin auch nur ein kleiner Teil, aber lebenslanges Lernen und das macht Spaß und dann kriegst du keine Kopfschmerzen, gar nichts. Da hast du keine Zeit für Depressionen. Und genug Wasser dazu. Ja, freilich. Und sonst säufst du ab. Also ohne, vertrocken ist im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Erich, schön, dass du zu uns gekommen bist. Herzlichen Dank für diese wertvollen Informationen. Danke. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Ihnen wieder etwas Neues vermitteln. Vielleicht gibt es einige Wiederholen. Es geht immer wieder darum, Wasser zu trinken, gutes Wasser zu trinken, gute Flüssigkeiten zu sich zu nehmen. Aber man muss es eben tun. Und in dieser Sendung haben wir einige Mechanismen aufgezeigt mit den Ablagerungen, mit der Demenz, was da Ursachen sein können, was da für Wirkungsvorgänge, was da vor sich geht. Schauen Sie sich das vielleicht nochmal genau an mit den Slides in der Sendung, die das sehr gut visualisieren. Bei mir hat es beim einen oder anderen Klick gemacht und ich verstehe heute wieder mehr. Herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesem Thema und schauen Sie wieder mal rein bei uns. Vielen Dank und auf Wiedersehen.